Wenn der Strom ausläuft, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo YouTube! Willkommen zu einem anderen Swiss Army Knife Projekt Video. Heute bin ich nicht alleine. Heute bin ich mit meinem Freund Rocco Hartwig aus dem YouTube Channel. Rocco Hartwig, Naturinstinkte! Fantastisch! Ich habe seit langem die Idee mit mir, eine Chicken Rotisserie zu bauen, die mit den Weiten von Steinen. In anderen Worten, das ist ein Rotisserie, die mit einem Grav-Motor oder Grav-T-Engine ist. Um die Grav-T-Force zu kontrollieren, ich benutze die Prinzipie von der Flying Pendulum Escapement von der Leonardo da Vinci Clock. Recently, Rocco hat mich gefragt, ob er mich besitzt kann. und ich erinnere mich, das ist der perfekte Moment, wo wir dieses Projekt realisieren können. Denn Rocco ist, in meiner Meinung nach, ein von den most creative Bushcraft YouTubers und er ist auch ein fantastischer Craftsman. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Projekt. Ja! Und stop! Der Link zu seinem Kanal findet ihr hier und in der Beschreibung. So, ich fahr mal los. So, ich fahr mal los. Der Link des Woofers ist das für heute breit. Ich fahr mal los. So, das ist ja so cool. So, ich fahr mal los. So, ich bin mal los. So, ich fahr mal los. So, ich fahr mal los. So, ich fahr mal los. 3 3 5 6 7 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 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 17 16 17 19 20 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 21 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 21 22 21 22 22 23 24 25 25 25 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 22 23 23 24 26 Hey, das läuft, das Ding. Wir haben es geschafft, Felix. Wie ist das? Geile Nummer. Scheiße geil, ey. Noch eine Umlenkrolle gebaut ist total geil, oder? Und? Okay. Das ist ein Fisch, das ist nicht wahr. Das ist ein Fisch, das ist nicht wahr. Das ist ein Fisch, das ist ein Fisch. Das ist nur ein Fisch. Sie werden alle durchgefahren. Dwarven ein Fisch. Das ist die Fisch. Schlauch ist ein Fisch. Die Dächtung ist lieb. Die Dächtung ist toll. Er war einfach so gut. Ich mach mich darauf, dass ihr Geld macht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020